Surah 105, El-Phil, der Elefant, offenbart zu Mekka 5 Ayat. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? Hat er nicht ihre List misslingen lassen und Vögel in Scharen über sie gesandt, die sie mit brennenden Steinen bewarfen? Und sie dadurch wie abgefressene Saat gemacht?